hallo leute hallo das blöckenspiel mit uns beiden ach ja wann war das letzte mal damals ja gestern klar gestern abend gestern war samstag dann haben die gespielt nein das glaube ich nicht alter und war das letzte mal ich muss doch meine playlist einschalten wenn ich die jetzt mal finden würde es ist schon schon zwei drei monate her seitdem wir das letzte mal irgendetwas von uns zusammen rausgebracht haben soweit ich weiß da das ist es so wenn wir seit naja seit vier fünf monaten nichts mehr aufgenommen haben dann müssen wir uns wieder ein kriegen wie wir die ganze einstellungen hier machen so ich habe ja noch jemanden der doggie family hallo doggies also ich bin hier in der 1.5.1 in der neuesten version in der allerneuesten ja mit redstone und so da bin ich da bin ich froh ich habe sogar ein bisschen redstone vom glaub letztes mal waren wir in hüllen und haben ressourcen gesucht was machst du denn jetzt eigentlich dahinten da mit dem turm dahinten das werden noch alle sehen ich weiß was ich da machen wollte das auge von sora das auge von sora das auge von sora machst du da hinten sora sora dauern alter meine 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 ganzen und die ganz viel vermehren dann hast du voll die armee war der nicht im nähter irgendwo vielleicht ist er sogar bis dahin tot wenn er aber noch lebt dann lebt er noch heute ach schön mein zucker ist auch noch irgendwie das ist das neue man kann feuer nicht mehr ausmachen und mit der faust oder was geht es nicht mehr doch soweit ich weiß sollte alles noch gut sein hört man mich eigentlich irgendwie gut zu sehr halb schwach wird man mich aber doppelt ja halb schwach doppelt nein man hört sich von gut ich brauche jetzt erstmal irgendwo ein käfig für diese komischen hundis habe ich hier ja leute was 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 hört ihr von unserem comeback ja was halt ihr von schreibt es in die kommentare ja ja schreibt es in den kommentaren die ganze die das scheiße das nennt jetzt gut ach ja jetzt jetzt ist die überlegung was wir alles hier machen übrigens ich bemerke gerade ich habe gerade nur ein halbes herz okay jetzt würde ich aber mal was mit redstone machen zum glück habe ich schon minecraft wiki auch da kann ich sehen was es alles neues gibt wie man die kraft wird die sachen bei warte jetzt spiele ich aber nicht wer gut jetzt du da hinten verstaust deine hunde oder ja hast du dann käfig gleich vor dein tor wenn es security so werden alle gleich voll in ars getreten sie können sich also durch die tore durch glitschen oder wie ich mache vielleicht so laternen für die für das dorf damit sie dann mit einem dorf ohne scheiß mein dorf ja dass ich bin sozusagen keine ahnung so heftig alles der so der der schwarzbrot für das dorf ist einfach alles für die wache ich bin der bürgermeister 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 baut alles oder wie jetzt der bürgermeister ja der organisiert alles für die stadt ja weil mein haus schon perfekt ist es ist so perfekt aber ich will das einfach mal probieren also also es gibt ja auch jetzt ich habe gerade mal so zwei stacks redstone anscheinend hoffentlich reicht das aus für ein paar lampen dicks genau man kann jetzt man kann jetzt auch redstone blöcke kraften redstone blöcke ja das sind einfach nur so mit diamant blöcke halt als redstone also einfach nur sinnlose blöcke ja genau aber das ist genau das was ich brauche für solche lusterlaternen 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 jetzt weiß ich aber nicht was mir eigentlich ich habe vier diamanten ok wie war das noch mal ich brauche erst mal zahlen gut ausschaut hier die der hunde bitte ich schau mal ich kann irgendwie bis dahin noch gerade gucken wo ist auch die feiner sondern da bist du ja ach schön die haben auch noch ein dach dass die da wird das werden lassen ich glaube ich war ich hatte holz als mangelware ich kann glaube okay hier 16 wirken holz habe ich ja jetzt ein fail hier sind holz holz stückchen ich verstehe jetzt gar nichts mehr zau und zau und zau und zau und kann man jetzt mit der hand abbauen was denn ja so holz treppen doch dann geht es mir nicht alter ich trisch doch ach ja genau was ich auch noch bemerkt habe wenn man die treppen jetzt hochläuft dann sprintet man ja normalerweise hätte man wenn man immer irgendwie abgebremst gewesen wenn man irgendwie die treppe hoch ich kann nicht mal sprinten weil ich nichts zum essen habe ja du ja du da hinten in deinem ich kann nichts mit mit hand abbauen das ist das jetzt echt jetzt ich mache erst mal ein paar dinge ach ja es gibt jetzt eine neue funktion die kraft ein bisschen leichter macht man kann jetzt zum beispiel wenn man von den gleichen blöcken braucht zum arrangieren kann man die hinter sich her ziehen und dann muss man die nicht alle einzelnen in jedem feld einklicken genau das ist ja damals so jetzt muss ich aber trotzdem hier so so ich brauche sie erstmal wie geht denn das gibt es eigentlich gibt es ja nicht gell gibt es nicht genau oh nein oh nein habe ich überhaupt nein ich habe keinen leuchtstein scheiße gell ja blöd das habe ich eigentlich in den u das sieht vor so keine ahnung so vorhin gekackt aus kohle 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 häcke kohle kohl 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 rappku kohl kohl ravi so nichts in dem star 로 noch eine pik Brenda steinsch Herr wir glauben die Judic ist jemand warum denn will ich heute bereits wenig durch sein der tor 56 eisenbahnen ok bringen sie mir erwarte ich plane erst mal ich will ja nicht gleich sterben und dann noch mal was zahlen also ich dachte fünf stück gesagt ja ich gebe dir ein stück kohle für drei ob sie ja und ich habe vier diamanten graue wolle habe ich muss erst mal hier was finden und zwar steintortüren wie bitte steintortüren steintortüren glaub nicht was wenn ich was wenn ich aber ein portal aufbau in deinem portal im neta dann an lande und dann wenn ich wieder zurückkommen dann komme ich durch dein portal aus nicht wenn ich abhauen kann habe ich jetzt laufen hier nur um und macht gar nichts ich brauche erst mal auch ich laufe voll dumm im kreis rum hier um die dumm die dumm das hier 1 2 3 4 jetzt habe ich zwei leuchtsteine ey geh mal schlafen ey das ist ja unfair warte mal schlafen wieso na ok doch nicht muss ja nicht unbedingt sein muss es auch nicht ich überlege gerade weil ich muss jetzt erst mal so drei stunden warten und überlegen was ich mache ja wenn ob ich zum näher gehe du kommst du kommst mit du kommst und hm ok jetzt oh ich habe Meizen tu auch du auch du auch gut komm habe ich gesagt ann Hinsetzen, 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 nein, hinsetzen, hinsetzen. Gut. Die alle sitzen jetzt schon mal. Du kommst mit. Wieso habe ich ihn jetzt noch? Alle herkommen. Du musst jetzt was machen. So, was brauche ich denn hier nicht? So, das, das. Habe ich mit zwei. Was kommst du mit? Hühnchen habe ich nicht. Hühnchen. Komm her. Komm zu mir. Komm, komm. Hinsetzen. Passt. Jetzt habe ich nur noch einen. Komm mit. Ich habe ziemlich viel Erde. Ich weiß nicht, was ich eigentlich mit dem machen wollte. Wahrscheinlich wieder. Komm zu. Oh Mist. Was hast du denn als, äh, als Unlock-Dingens? Das musst du auch mitgehen. Ah ja, stimmt, stimmt. Du hast ja gezüchtete Hunde. Ja, genug. So, 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 so. Alles, was ich nicht brauche, weg. Was brauche ich? Hey Mann, hallo, Party in die Haus. Doggy-Doggy style. Oh, Kies. Gleich nehme ich jetzt meinen Hund Doggy style. Ah, 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 ah. Aber doppelt gemacht. Ah, was ist denn jetzt los, Alter? Das ist doch kein Slender-Spiel hier. Der, wo kam der Arschloch her? Wer denn? Big Man? Nein. Ender, Mann? Nein, ein Creeper. Creeper, Mann. Da sind scheiße viele Hunde draufgegangen. Ach so. Duma, 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 Duma Creeper. Hinsetzen. Jumanji. Oi. Das sind jetzt unnötige Arbeiten, die hier mir gemacht wurde. Ja, du machst nur ein Haus für deine Hunde. Eigentlich wäre schon fertig gewesen mit dem Dach und noch ein Tor. Aber nein, was machst du denn jetzt noch? Wir müssen jetzt alles reparieren. Alle, Alter. Dieser dumme Creeper. Ah, ja, genau, der Creeper, Mann. Das ist ein Arschloch. Das sind Pigmen hier draußen. Alle laufen mir hinterher. Warum? Alter, ist das ein Skelett mit Goldrüstung? Kröte ist. Oh mein Gott, ein Creeper. Ich muss ja... Oh nein, hier ist noch ein Creeper. Alter, wo kommen die alle her? Boah, dann habe ich auch noch Angst vor den Zombies, die noch in der 1,6 sich multiplizieren. Warum kann man nichts mehr abbauen mit der Hand? Das finde ich voll gut. Ja. Tattoo abbauen mit der Hand. Komm mit. Eigentlich schon. Komm hoch. Jetzt habe ich erstmal eine Schaufel. Da habe ich eine Schaufel dabei, die habe ich nicht. Von der Patientik habe ich nicht keinerlei. Wahrscheinlich eine Zeugblor, ich habe sogar groß, dass ich keinerlei habe. Okay, was ist denn hier los? Ja, guck mal, nochmal. Ah, jetzt geht's. Soll, brauche ich da noch? Oh, Pilze. Habe ich eigentlich schon Pilze? Das sieht man nicht. Doch, der liegt. So, okay. Jetzt muss ich mal berechnen. Was berechnest du denn jetzt? Die perfekte Abmessungen für dein Hundehaus. Nein. Ja. 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 Ja.